Die Flüge sind halt allumfassend. Die Flüge sind die Herrscher der Welt. Deswegen wurde Alfen verdeckt. Oder vielleicht war es auch einfach nur Zensur. Sie hat ihn einfach selbst zensiert. Was denn? Wäre doch wirklich. Und nein, wie gesagt, ich bin nicht mit den Katzenohren zur Tür gerannt. Ich habe mir die im selben Moment noch... Also eins hatte ich mir sowieso schon durch den Disset-Zelt abgerissen. Das war sowieso nicht richtig fest. Das andere habe ich mir dann noch schnell abgenommen. Aber ich war aber auch ganz froh, dass ich es abgenommen habe. Die Person, die da stand, äh... Hätte ich jetzt aber ungern. Das sah schon so komisch aus. Aber jetzt ist das Paket da. Oh, alles gut. Ich habe jetzt leider nur die Hälfte von der Szene mitgekriegt. Das ist so schlummere Mann. 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 Hallo Dufte! Hallo Dufte! Und, ja. Ich habe jetzt aber selbst noch nicht durchgeleims. Das mache ich gleich nach dem Stream. Gucke ich mir das gleich mal an. Oh, das Vieh ist erwachsen geworden. Das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. Duft, ich hoffe, es geht dir gut. Ich warte ja immer noch auf ein Happy End zwischen Alphen und Sion. Das ist so süßes Pärchen. Ich brauche Liebe. Liebe und Love Story. Das bin ich frustriert. So, Rindel. Die nächste im Bunde. Das ist so süßes. Das ist glaube ich. Das ist so süßes. Und die sind zwei. Das ist nicht anders. Ich habe wirklich immer gedacht, dass ich es nicht so gut war. Aber ich habe nicht mehr Lust, ich habe keine Ahnung, ich habe das gesagt. Limm-Wel. Ich war immer immer, immer nur unerwichtig. Aber ich bin doch nicht so, dass ich meine Freunde. Das ist aber auch immer. Ich glaube, Sion war glücklich. Das war's. Ich habe mich auch so schön aus. Wo? Ja. Also, dass ich das echt an uns bemerkt habe. Ich werde mich auch ein Freund zu geben. Aber ich werde auch ein Freund. Ja, ich werde das auch ein. Ja, das ist richtig. Wir waren alle ein seines. Aber ich kann auch so sein. Ich werde auch so sein. und dann bleibt glaube ich nur noch vorlieben auch noch gehen ane du warst ja schon ja doch kommt jetzt Oh... 何も分かっていなかった 彼女を追い詰めていただけだったんだ でも間に合った そうだろ まだ終わってない だが そうだな 間に合わせる 間に合わせてみせる ああ みんなでやれば シオンだって世界だってなんとかなるさ 忘れるなよ みんなで だぜ アルフェ ああ 分かってる ああ 親父はどう思ってるかな 俺 間違えてないよな ジルファなら もう お前が自分で決めたことに 何も言わないんじゃないか 言いたくても言えないけどな どう 悪い でも生きてる奴の問題は 待っちゃくれないからな 今は全力でシオンを助ける また悩むかもしれないけど それをまたその時考える それでいいよな ああ ああ 十分だ よ Und das letzte Gespräch. 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 Ich glaube, da steht ein Flügel zwischen uns. Sag es mir durch den Flügel. Ja, ich würde mich aber gerne vorher nochmal ausruhen und würde vorher gerne hier Sachen und so. Ich glaube, das ist ein Flügel. Und das ist ein Flügel. Ein Schwein-Nimtchen. Und das ist ein Flügel. 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 sein. Ja, eine Spriteflasche ist schon leer. Der eilt die auch fast. Ja, eine Spriteflasche. Einmal kurz frisch, was geantwortet. So, dann reden wir jetzt auf jeden Fall nochmal mit allen. Äh, ich gebe mich hier mal rauf. Wunderbar kann man hier essen. Ich gehe mir ganz stark von aus. Ich glaube, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, dass ich hier im Kopf bin. Okay, soll er nicht kochen? Hm. Aber hätte sein Glück. Hätte. Wiemann der Anfraue? Wiemann? 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 Was die Schwertiginste. Wiemann. Wie geht es, die Wielforsche? Was die Wielforsche? Wiemann, die Wielforsche? Wiemann. Wie geht es, dass ich die Wahrheit verletzte? Was ich nicht verletzte? Wiemann, wenn ich etwas schmerzen kann, dass ich mich für mich ausforschen, bin ich auf mich, Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. 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 Das klappt, das klappt. Oh, aber... Ich werde hier... Das war's für mich.